Also hier tun diese brachialen Fahrzeuge, die Jungs hier gasen richtig an. Die lassen hier ordentlich Dummiaufdegasfalt und für die gilt auch nur eins. Gas ist rechts und wer bremst, ist feige. Der hat bei D&B den kompletten Aeronade-Dynamic-Kipp gekaust hier. Ziemlich ein Slauer. Das war richtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020